Moin und ho 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 meine lieben Reisebegleiter, heute ist einfach mal ein Tag Danke zu sagen. Danke für 239 neue Abonnenten dieses Jahr, danke für euren Support. Ich möchte aber als allererstes mal ein paar Danksagungen hervorheben. Und zwar ist da als allererstes auf jeden Fall der Jens von THP Games TV zu nennen, der damals der erste war, der eines meiner Videos kommentiert hat und durch den quasi diese Community ihren ersten Schritt nahm. Durch den Jens, auch sehr dankbar dafür, habe ich die Natzen kennengelernt. Wer weiß, ob wir uns sonst kennengelernt hätten. Hierfür auf jeden Fall vielen lieben Dank Jens. Ich finde es auch geil, dass wir uns heute noch supporten gegenseitig und den Kontakt nicht abgebrochen haben. Finde ich super, dafür auch vielen, vielen lieben Dank. Ja, dann natürlich als nächstes die Natzen zu nennen. Vielen Dank für die tolle Freundschaft, die wir aufgebaut haben und auch für die tollen, schönen Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Hat bis hierhin sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch, wenn du mich gerne mit der Kettensegel zerteilst. Nein, vielen, vielen lieben Dank. Einen besonderen Dank muss ich an die Nicole Bange geben, die mit ihrer Mühe ganz, ganz viele YouTuber supportet. Nicht nur mich und das Ganze nicht nur mit ihren Kommentaren im YouTube, sondern ebenso mit der ganzen Mühe, die sie sich macht, wie sie die Werbung auch auf Instagram rausträgt. Mit kleinen Memes zu den täglichen Let's Plays verschiedener YouTuber mich eingeschlossen und die sie wirklich schön aufbereitet mit Stickern, wo sie Musik hinterlegt. Also, das ist alles andere als selbstverständlich und bedarf eines großen, großen Dankeschöns. Und das kommt wirklich von Herzen bei mir. Vielen lieben Dank für deine Mühe, deine Leidenschaft, kleine YouTuber zu supporten. Und ja, das hast du dir redlich verdient. Also, das ist nicht selbstverständlich, wie gesagt. Und sehr schön, dass es dich gibt. Danke, danke dir dafür. Aber ansonsten möchte ich euch allen vielen herzlichen Dank nennen für eure Kommentare, für das Dabeisein in den Livestreams, für das Dellen von Servern, für das Schenken von Spielen, für das gemeinsame Zocken in verschiedenen Spielen. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich euch allen sehr, sehr, sehr dankbar. Jedem, der dabei ist, der nur abonniert hat, der kommentiert, der in den Livestreams dabei ist, der Likes da lässt. Egal, was ihr tut, um mich zu supporten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe geht raus an euch. Es ist mir eine Ehre und macht mir sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf das nächste Jahr tatsächlich. Das kann nur besser werden mit euch. Nein, ihr seid eine geile Community, macht richtig, richtig Spaß mit euch. Dafür muss man einfach mal fett Danke sagen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche euch ein wundervolles, besinnliches und herrliches und ruhiges Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Und genießt die Zeit, genießt die Ruhe. Ich hoffe, ihr habt sie. Lasst euch nicht stressen. Esst gut, lasst euch reich beschenken. Aber denkt nicht nur ans Nehmen, sondern vor allem auch ans Geben. Feiert mit viel Liebe. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und ja. Wie gesagt, frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Bis zum nächsten Mal.